Wir stehen hier vor unserer neuen Generation Fahrzeugeinrichtungen, dem SR5 Sotimo Regal der fünften Generation. Bei der Entwicklung des ganzen Systems war unser Ansatz maximale Laderaumnutzung und Produktivitätssteigerung. Das Thema maximale Laderaumnutzung, auf das möchte ich gerne näher eingehen, bedeutet für uns, wir sind durch dieses einzelne Seitenprofil in der Lage, die Verbaupositionen der Komponenten flexibel in der Tiefe zu variieren. Das heißt, wir können hier komplett der Silhouette des Fahrzeugs folgen und nutzen dadurch den zur Verfügung stehenden Laderaum optimal aus. Hier unten im Bereich des Radkastens reduzieren wir die Tiefe der Bauteile, haben aber auch die Möglichkeit im vorderen Bereich wiederum, wenn der Radkasten zu Ende ist, die Tiefe der Boxen wieder zu erhöhen. Weitere Neuerungen beim SR5 sind die SR-Boxen, die wie bisher bekannt nicht nur in der stehenden Variante auf Auszugsschienen im Geschränk zu verstauen sind, sondern auch ganz neu in der hängenden Ausführung. Bietet den Vorteil, wir können pro Fachboden die doppelte Anzahl an SR-Boxen unterbringen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf Fachböden mit Rands, mit den hängenden Schienen auszustatten und auch hier SR-Boxen zu verstauen. Optional kann die SR-Box mit einem transparenten Deckel versehen werden, der entweder zur Gefüllung komplett geöffnet werden kann oder aber auch nur teilweise, um dann komfortablen Zugriff auf den Inhalt zu haben. Durch den schlanken Aufbau des SR5 mit dem einzelnen Seitenprofil bietet sie uns sogar in der kleinsten Fahrzeugkategorie die Möglichkeit, hier noch eine Euro-Palette zu verstauen. Das ganze Geschränk ist montiert auf einem Sovo-Pro-Montage- und Ladungssicherungsboden. Der Sovo-Pro ist ausgestattet mit Universal-Zurrpunkten. Universal-Zurrpunkte deshalb verwendbar für unser ProSafe-Ladungssicherungssystem, das nebenbei bemerkt auch kompatibel ist mit den Original-Zurrpunkten der Fahrzeughersteller. Neben dem Einsatz als Verzurrpunkt kann dieser Universal-Zurrpunkt auch für die Spannstangen genutzt werden. Wir haben hier seitlich Zurrpunkte angeordnet, die abgestimmt sind auf dieses Euro-Palettenmaß. Durch diese Flexibilität, die uns das SR5 bietet, sind wir in der Lage, den Laderaum von Fahrzeugen aller Größenordnungen bestmöglich zu nutzen.